Hi, mein Name ist Alisa, Nikola, Katja und ich komme aus der Ukraine. Hello, mein Name ist Serge Kotyuk, Lelisha Kalyowa, Ted Kokorev, Nadja Flörova, Semyon Barkov, Anchor Russia. Ich heiße Olga, ich bin in Russland geboren, in der Ukraine aufgewachsen und seit 10 Jahren wohne ich in Nürnberg. Ich kenne die postsovjetische Einstellung, wir sind Sieger, ich kenne auch die deutschen Schuldgefühle und ich bin der Meinung, dass die beiden Einstellungen uns gar nicht zusammenbringen. Wir möchten nach einer gemeinsamen Ebene in der Erinnerungskultur suchen. Unsere Vorfahren haben eine ganz schlimme Katastrophe erlebt. Betroffen waren alle, sowohl Ost als auch West. Dass sowas nie wieder passiert, können wir nur gemeinsam schaffen. Und wir fantasieren gemeinsam über eine friedensschaffende Zeremonie. Denn die Kunst rettet die Welt.